Hallo liebe Zuschauer und noch ein herzliches Willkommen an meine Abonnenten meines Kanals. Ich bin Mathis Gaming und ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt, denn ich spiele wieder ein Röntgen in Formel 1 und ich habe da voll Bock drauf, denn beim letzten Mal habe ich eine Meisterschaft, also wir machen ja so eine Herausforderungsmeisterschaft, wo ich leider die KI auf, naja ich sag mal so 40% habe. Wir spielen jetzt aktuell mit meinen Kumpels auf 60% oder auf 65%. Ich weiß gar nicht, irgendwie so hoch spielen wir schon und ich kann das leider nicht mehr ändern. Wir spielen hier eine offizielle Formel 1 Meisterschaft 2017 und zwar fahren wir die ja mit Ferrari. Ja ich bin ja da momentan da oben ganz, das heißt der Hamilton ist noch ein Ticken besser, aber das wollen wir jetzt mal in Kanada mal ein bisschen ändern. Dann werden wir mal ein paar Punkte holen, hoffe ich mal. Ich möchte jetzt nicht so viel versprechen. Also man weiß ja nie so genau, was da kommt und dann ja denke ich mal. Wir werden ja wieder so ein kurzes Qualifying haben und dann gehen wir ins Rennen. Ich weiß gar nicht wie viele Prozent, ich glaube 50% oder so haben wir. Ich weiß nicht genau wie lange. Ich glaube 50% habe ich gemacht. Weil ich finde 25% ist einfach so ein zu kurz und zwar nur 14 bis 17 Runden oder so, aber ich finde 50% total ausreichend. Hallo und willkommen am Circuit Jill Villeneuve. Hier finde ich... Genau. Das wollen wir gar nicht sehen. Wir suchen uns die Reifen gleich aus. Dann gehen wir mal schnell auf. Ein Blitz Qualifying. Ein Blitz Qualifying ist das. Nein, habe ich doch immer geändert oder? Habe ich immer Blitz Qualifying gemacht? Ich weiß das nicht genau. Oder ist das mit Blitz Qualifying? Boah Alter, das weiß ich jetzt gar nicht. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Autoeinstellung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt von Steamwork, ob ich da was machen soll. Wie viel nass? Nein. Ich habe hier noch mein Trocken. Setup auch für Kanada. Genau hier da. Trocken. Na mal gucken, ob ich da was machen kann. Gehe jetzt zur Strecke. Dein Blitz Qualifying. Bist du deppert? Ich dachte wir haben ein kurzes Qualifying und das war es dann. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist wirklich lustig. Das wusste ich jetzt nicht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da genau alles hingestellt habe. Naja, wie gesagt, ich habe schon ewig kein Leben gespielt, nachdem Monaco ja so geil lief. Und jetzt habe ich halt wieder Bock auf Formel 1. Oh oh. Aber wie gesagt, 40 Prozent, das werden wir wohl meistens, oder? Hütt mir die Daumen, dass es gut läuft. Und dann haue ich die weg. Ganz einfach. Ich gehe dann als Meister vom Platz. Und dann läuft der Hase schon. Genau. So. Ich werde natürlich auch nicht so eindeutig klingen. Ich rede immer so. Aber so ist das eigentlich gar nicht. Ich bin ganz, ich bin ganz netter. Ein ganz netter bin. Also ab und zu. Oh oh, ich kann anmachen. Oh, ich kann jetzt schon anmachen. Alles klar. Ich muss jetzt nicht, wo ich meinen TRS anmachen kann. Oh oh. Ja, habe ich. Und welcher Platz? Das wird jetzt witzig. Jo. Okay. Ich habe keine Ahnung, welchen Platz ich habe. Ja, gut. Okay. Habe ich natürlich gewusst, ne? Ja, ja. Habe ich total gewusst. Die erste wäre, oder? Die erste ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Vettel, Hamilton und Gerhard Kühne. Die sind eine Sekunde langsamer. Ja, das ist 40 Prozent halt, ne? Wenn ich jetzt auf 60 hätte, dann wäre es wahrscheinlich einer ausgegangen. Dann wäre wahrscheinlich Hamilton erster gewesen. Aber gut. Kommen wir zum Rennen. Und dann sind wir schon gewahr. Ja, ich meine aber, ich hätte, ich hätte, äh, kurzes Wochenende gehabt. Dass ich ein paar Runden fahren kann. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Also gut. Sehen wir uns die Startaufstellung nach dem... Nein, will ich nicht wissen. Wir werden jetzt einfach, äh... Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens vertreiben. Ja, warte mal. Ich will doch einfach nur diese Autoeinstellung... Äh, hallo? Wie darf ich jetzt, also... Ich will ja nichts sagen, aber wieso darf ich meine Rechtsstrategie nicht einstellen? Irgendwas habe ich jetzt gemacht, was ich nicht durfte oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh-oh. Ja, da war ein guter Start. Da war ein guter Start. Da war ein guter Start. Da war ein guter Start von Hamilton. Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. Ja, weiß ich. Ich versuche natürlich mein Bestes, hier alles rauszuhauen. Aber Vettel muss gewinnen. Die Meisterschaft mit Sebastian Vettel geht weiter. In die nächste Runde! Wir werden das meistern. Ich werde jetzt erstmal wegfahren vor Hamilton. Und ich habe persönlich auch Fett gemacht. Ich habe keine Einführungshunde drin. Ich habe gar nichts drin. Ich habe keine Ahnung, ob ich das nicht mehr ändern konnte. Ich war nicht mal in der Garage und gar nichts. Was? Ja gut. Wir fahren nur 5 Runden? Was ist das denn für eine Scheiße? Nein! Stopp! Stopp! Wieso 5 Runden? Wir sehen uns später. Ich muss mal kurz in die Garage. Ja, liebe Leute. Dann werden wir wohl erstmal die 5 Runden fahren. Aber die KI habe ich jetzt vorhin. Habe ich jetzt noch sehr viel verpflichtet. Das ist jetzt witzig. Ich möchte ja nichts sagen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Stadt... Ja, ich weiß. So sieht die Stadtumstellung auch und... Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber gehen keine Risiken ein. Das kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Ja, ich weiß. Aber deswegen kann ich auch keine Strategie wählen, weil es ist ja nur 5 Runden. Das finde ich jetzt schade, dass ich jetzt 5 Runden nur fahre. Naja, umso schneller können wir Aserbaidschan fähig machen, wa? Finde ich gut. Entschuldigung. Ja. Ähm, jetzt war der natürlich live dabei. Ich hoffe, ich schneide das irgendwie raus. Deswegen sage ich, ein herzliches zu kommen. Wieder zu Formel 1. Ja, ich habe nichts einstellen können oder nichts einstellen dürfen. Äh, ich werde gleich mal gucken, wenn wir in Aserbaidschan sind, dass wir da was einstellen können. Und dann werde ich das mal ändern. Ganz schnell. Äh, dass wir dann ein normales Qualifying fahren können. Und dann ein Rennen fahren können, äh, über 50%. Jetzt fahren wir leider nur 5 Runden. Ich kann auch nichts mehr ändern, weil das Qualifying war ja ein Blizz Qualifying. Und dann konnte ich leider nichts mehr ändern auf den ganzen Einstellungen. Deswegen wird keiner da nur ein 5 Runden rennen. Yay! Obwohl ich mich total gefreut hätte auf einen harten 30-Hunden-Rennen. Aber ist egal. So ist das Leben eben. Manchmal ist das hart. Und dann kommt Aserbaidschan. Das wird noch schlimmer werden. Aserbaidschan ist schon eine schlimme Sache. Aber gut. Okay. Jetzt, wie gesagt, 8,60%. Aber das Schlimme ist, ich habe jetzt auch die Bremsen ausgemacht. Ich habe jetzt meine Bremsen noch ausgemacht. Das heißt... In Ordnung, guter Start. Wir stehen ganz gut da. Ja, ich weiß. Aber das Schlimme ist, 60% habe ich eingestellt. Das wird schlimm. 5 Runden lang. Geilo Sache. Ja, wird halt kurz jetzt heute. Ein kurzes Rundchen ist auch geil. Erstmal zum Reinkommen. Und dann haben wir Samstag was Schönes zum Gucken. Ja. Oder Sonntag. Ich glaube, ich denke, der wird das nur dann am Sonntag bringen. Einfach. Ja, dann habt ihr schon mal was zu gucken. Und dann läuft der Hase wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir bei Aserbaidschan das besser hinkriegen. Aber die lassen nicht von mir, ne? Die lassen nicht von mir. Leute, was ist denn mit denen los, ey? Können die nicht mal ordentlich fahren? Können die nicht mal auf mir vom Leib bleiben? Oh. Oh. Ups. Heh. Sorry. Fahr ich nicht. Ich hab mein Auto. Ach klar. Okay. Ich fall natürlich ohne Bremshilfen und so. Ähm. Aber halt schalten. Das soll man lieber selber machen. Das krieg ich noch nicht mit dem Controller. Ich hab ja auch, ähm, das G920 hab ich zwar auch da, aber da krieg ich das noch nicht so ganz hin mit dem Teil. Und wenn ich da jetzt einfach, äh, gut, man könnte ja auch üben, üben, natürlich, klar. Ist, ist logisch. Kann man. Aber naja. Was werden wir machen? Fünf Runden, das wird natürlich ne tolle Sache. Wir sind schon in Runde zwei. Hamilton ist jetzt hinter mir. Der wird natürlich noch ne Attacke starten mit Sicherheit. Der wird das wagen. Du wirst es wagen. Nein, werd ich nicht. Keine Sorge. Ach, bitte. Nein. Ich schwör. Oh, ich werd mal inbleiben. Ich werd inbleiben. Ich werde inbleiben. Oh, oh. Ah, scheiße. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Okay, wir sind jetzt in Runde drei. Das DRS wurde aktiviert. Das ist mir schon bewusst. Oh, oh. Alter. Ich schwächel gerade. Das darf nicht sein. Ich darf jetzt nicht. Ich muss mit ihm kurz gucken. Hab ich auch Fett, Alter? Warum fahr ich denn mit 1,5 mehr Benzin? Ich fahr mal auf Fett. Und deswegen sind die auch hinter mir, ey. Die Gorillas. Weil ich irgendwie nicht schnell fahren kann, ey. Und die Gorillas sind immer noch hinter mir. Die könnt ihr mal von mir lassen. Bitte. Danke. Ich bin doch nur so ein kleiner Typ. Ehrlich. Ich will doch nur... Ich will doch nur meine Brötchen backen. Mehr will ich doch nicht. Ich will nur ein paar Punkte. Nur ein paar Punkte. Ist mir egal. Das wird halt eine schnelle Runde werden. Aber... Mach doch nix. Mach doch nix. Mach doch nix. Ich gönne mir halt alles. Dann nix. Das schön ist, wir haben es endlich geschafft, das auf 60% zu machen. Dann kann ich auch mal zeigen, was... Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja. Und wen hast du zu verdanken? Räuchte ich... Mehr. Nein. Entschuldigung. Nicht mir. Das Auto. Nix. Nix. Was will ich da bei mir? Müll ey. Ich hab keine Ahnung. Nix. 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 Jetzt mit dem Halo. Alter Schwede ey. Sieht echt krass aus. Deswegen freue ich mich auch schon auf Formel 1 2018. Wenn das Haus kommt. Übrigens vorletzte Runde. Kann ich mal eben sagen. Ja wie gesagt. Ist schnell. Geht auch schnell vorbei. Ich werd nachher auch ein bisschen von dem Video rausschneiden. Jaaaa. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh. Der war dran. Der war dran. Okay, aber das wird reichen. Ist ja jetzt letzte Runde. Okay, ist jetzt letzte Runde. Und dann. Ja. Ist das Rennen schon vorbei, ne? Ja, weiß ich. Es läuft bei mir. Es läuft gerade so dermaßen gut bei mir. Aber wie gesagt. Mit fünf Runden kann man natürlich nichts reißen. Ich glaube wenn die. Wenn wir jetzt eine Box hätten. Also beziehungsweise wenn wir jetzt da noch eine Box reinfallen hätten müssen. Dann wärs noch richtig spannend geworden. Mit Hamilton. Aber ich sag mal so. Es wird noch spannend. Ich glaube es wird noch richtig spannend werden. Da sind schon ein paar. Risse in der Schlange. Das heißt. Wir haben wahrscheinlich die ersten fünf nur hinter uns jetzt, oder? Ersten fünf, eins, zwei. Ersten sechs glaube ich sogar. Reichen ist Platz vier. Und danach ist erstmal ein großer Riss drin. Im System. So. Wie gesagt. War eine schnelle Runde. Ist ja auch schön, ne? Also ich würde sagen. Kann weitergehen. Bis morgen. Scheiße. Nein. Oh weh. 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 Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Alter. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Hartes Stück? Das war nicht hart. Das waren nur fünf Runden. Also hätte Hamilton weitergemacht, dann wäre ich irgendwann, hätte er mich gecatcht. Mit Sicherheit. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient. Ja, in fünf Runden. Richtig. Habe ich Großartiges geleistet. Natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Die Umstände. Alles klar. Ja, ja. Es waren auch nur fünf Runden, Leute. Hallo? Fünf Runden. Ja, genau so. Nicht anders. Richtig. Ah, super. Ohne Boxenstopp. Ohne alles. Fünf fucking Runden. Jeder Fahrer träumt von diesem Moment. Das war ein unglaublicher Grand Prix. Und hier kommen nun unsere Top 3 hinaus auf das Podium. Richtig. Perfetto. Jetzt 25 Punkte sind wir wieder vorne. Hamilton wird trotzdem vorne bleiben erstmal, glaube ich. 80 Punkte, Alter, ja. Und dann werden wir so gucken, dass wir jetzt wohl langsam wieder rankommen an Hamilton. Wie gesagt, ich glaube, ich habe zwei Ränder so ein bisschen versaut. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Ja. Sein Vorsprung ist echt geschrumpft. Letzter Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Also, bei Can wird nochmal eine harte Strecke sein. Oder werden. Und deswegen werde ich... Wer es letztendlich an die Spitze schafft. Dann werde ich das nachher mal ändern alles. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ich werde, wie gesagt, noch ein bisschen ausschneiden. Ich habe das alles drin gelassen. Ähm, wie ich da zurückgegangen bin und nochmal nachgeguckt habe, ob ich das noch einstellen kann. Äh, die Rundenzahl und so weiter. Konnte ich leider nicht ändern. Deswegen haben wir hier nur 5 Runden gefahren. Tut mir dann noch leid. Ich hoffe, euch hat das kleine Let's Play trotzdem gefallen hier. Deswegen wird das auch nur an einen Tag kommen. Weil... Naja... Ist halt... Ne? Also... Ist halt kurz gewesen, ne? Da... Da brauche ich keine... Nicht auf zwei Folgen aufteilen. Das wäre Blödsinn. Ne? Also, in diesem Sinne würde ich sagen... Lasst einfach eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Nächsten Samstag dann wahrscheinlich. Wenn ich das richtig eingestellt habe. Zum Qualifying und zum Anfang des ersten Teil des Rennens zu Aserbaidschan. In dem Sinne, haut rein. Bis denne. Und ciao.